Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Nichts als Feiglinge! Verreicht! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein aus Mist gestellt, ganz Europa erobert. Verreiter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich, der freund ist! Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Beempfang